Heilige Seeku, das ist sicher die Kommando-Brücke. Ja, lass bloß die Finger von den Scheitern. Guck mal, ich gewinne! Patrick, hör sofort auf damit. Ey, du, was soll das? Wir können hier nicht rumdatteln. Das ist Sandys Rakete und kein Rum, ey. Platz. Sieg! Yeah! Highscore! Sag mal, was war denn das für ein Spiel gerade? Keine Ahnung, gucken wir lieber, was das hier kann. Ich glaube aber nicht, dass... Ich find Raketen toll. Mehr, mehr! Nichts da. Okay, einmal noch. Okay, das reicht, los, komm. Moment, ich glaub, das hier ist der Startknopf. Patrick, was soll der Blödsinn? Ich bin der Raumfahrer hier.